Auch zur Drittliga-Saison 23-24 gibt es natürlich noch mein Team der Saison. Ja, ich bin ein wenig in Verzug mit der EM und allem, aber ich wollte es jetzt dennoch bringen. Und ich würde sagen, wir starten wie gewohnt im Tor. Bezüglich des Systems spiele ich hier in einem klassischen 4-4-2. Und im Tor steht bei mir Vollert, der meiner Meinung nach einfach der beste Keeper war. Bei Unterhaching hat denen da extrem viel gehalten, zu einem stabilen 9. Platz als Aufstieger verholfen und deshalb für mich im Tor. Ansonsten muss man noch Goals von Essen erwähnen und auch Ortak von Ulm. Der hatte mit Abstand die meisten zu Null Spiele, aber ich fand die Leistung von Vollert letztendlich doch beeindruckender. Rechtsverteidiger ist bei mir Konrad Faber von Jan Regensburg, sind ja letztendlich über die Relegation aufgestiegen. Faber war für mich so der konstanteste Spieler bei ihnen, war eigentlich immer stabil, sowohl in ihrer guten Hinrunde als auch in der schwächeren Rückrunde. Und dann vor allem auch in der Relegation letztendlich entscheidend beteiligt, dass man es wieder in die 2. Liga geschafft hat. Erwähnenswerte Alternativen wären Kostli von Ingolstadt, der war vor allem offensiv extrem stark, sowohl was Vorlagen, aber auch Tore angeht. Und auch Lannert, Rizzuto und Kammerknecht kann man hier erwähnen. Mein rechter Innenverteidiger spielt tatsächlich bei 1860 München, die sind letztendlich nur 15er geworden, wären fast abgestiegen. Aber wenn man dann mal genauer hinschaut, hatten sie mit Regensburg die drittbeste Defensive und das obwohl sie so weit hinten waren. Deshalb wollte ich da einen Spieler drin haben. Und natürlich ist das Jesper Verlad, der als Abwehrchef hinten einfach richtig heraussticht in jedem Spiel und deshalb wollte ich ihn hier unbedingt drin haben. Und ansonsten kann man für die rechte Seite der Innenverteidigung noch einen Schifferl von Unterhaching erwähnen. Aber die meisten guten Innenverteidiger der letzten Drittliga-Saison haben tatsächlich eher auf der linken Seite agiert. Und in der Startelf steht bei mir Zeitz von Saarbrücken. Hatten ebenfalls eine sehr gute Defensive. Sind ja letztendlich neben diesem starken DFB-Pokal-Run auch in der Liga noch Fünfter geworden. Daher für mich absolut verdient hier drin. Ansonsten kann man noch Großer von Bielefeld erwähnen. Der hat mir aber ein bisschen zu wenig gespielt. Beziehungsweise war dann eher hinten raus Stammspieler. Und man kann auch Götze, Lorenz oder Cooles nennen. Links hinten spielt bei mir Brumme von Rot-Weiß-Essen. War für mich einfach der konstanteste und beste Linksverteidiger der Drittliga-Saison. Hatte da jetzt aber auch nicht die stärkste Konkurrenz. Ansonsten würde ich da auch nur noch Oppi von Bielefeld in den Raum werfen. Also auf der Position haben nicht allzu viele Spieler extrem überzeugt. Gehen wir über ins Mittelfeld. Da habe ich zentral zwei Achter-Spieler. Also ja schon relativ offensiv ausgerichtet. Erster ist da bei Tunay Dennis. Der tatsächlich abgestiegen ist mit Halle. Aber persönlich eine herausragende Saison gespielt hat. Zehn Tore, drei Vorlagen. Aber auch ansonsten wirklich sehr stark gewesen. Daher musste der für mich hier rein. Unabhängig davon, wie sein Team abgeschnitten hat. Und der zweite Achter neben ihm hat tatsächlich auch nur bei einem Team aus der unteren Tabellenhälfte gespielt. Und zwar bei Dortmund 2 mit Ole Pohlmann. Allein die Zahlen mit 13 Toren, 8 Vorlagen stechen da heraus. Aber ich mache das hier nicht nur an den Scorern fest. Hatte auch ansonsten großen Einfluss auf das Spiel. War ja dann teilweise auch bei der ersten Mannschaft dabei. Also rein qualitativ muss der hier auf jeden Fall rein. Alternativen wären zum Beispiel Philipp Meier von Ulm gewesen. Kerber von Saarbrücken. Pepic, Luca Herrmann oder Müsel kann man an der Stelle auch nennen. Da ich in dem Team keinen Sechser und keinen Zehner habe, nenne ich da jetzt zumindest die Spieler, die eine Erwähnung verdient haben. Auf der Sechs sind das Will, Mrowca, Schapina, Fröde, Kassar, Sondheimer und Geibel. Also schon viele, die da recht gut performt haben. Und auf der Zehn möchte ich mal Batista Meier erwähnen. Der wäre hier definitiv drin gewesen, hätte er die Rückrunde auch noch in der dritten Liga verbracht. Weil in der Hinrunde war er mit Abstand der beste Spieler. Ich habe tatsächlich überlegt, ihn sogar dennoch mit reinzunehmen, auch wenn er nur die Hinrunde da gespielt hat. Die war herausragend bei Verl und auch Feed von Regensburg kann man erwähnen. Rechter Flügel ist bei mir Luca Maaseider. Ja, der hat eigentlich nur über Links gespielt für Viktoria Köln. Die haben auch, was das Team angeht, keine überragende Saison gespielt. Aber Maaseider musste hier rein, war für mich auf jeden Fall gesetzt. Ich würde so sagen, er war vielleicht der zweitbeste Spieler der Saison. Der beste wiederum ist halt eben auch ein linker Flügel. Daher hatte er dort keinen Platz. Wenngleich ich sagen muss, auf der linken Seite gab es deutlich bessere Spieler wie auf der rechten. Dennoch gibt es erwähnenswerte Spieler wie Schröter, Obus, Hedwar, Skalatidis und auch Korpatsch. Und damit sind wir auf der linken Seite angekommen. Die Rede ist da vom besten Spieler der Drittliga-Saison, habe ich ja gerade schon gesagt. Und natürlich ist das kein geringerer als Leo Schienzer, der die Saison beim SSV Ulm verbracht hat. Und ich habe seine Wichtigkeit ja schon in der Analyse des Spielstils von Ulm herausgestellt. Also schaut auch gerne nochmal dort vorbei, wenn euch sowohl Schienzer als Spieler oder auch der Grund des Erfolgs von Ulm interessiert. Alternativ gab es da einen Rabihic, einen Hauptmann. Stefaniak von Aue habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich den nicht tatsächlich statt eines Stürmers, der gleich noch kommt, reinpacke. Hat letztendlich nicht gereicht. Und auch Kota von Regensburg muss man erwähnen. Und damit sind wir im Sturm angekommen. Tatsächlich war für mich derjenige gesetzt, der nicht der Topscorer der Liga ist. Und zwar Krodowski von Münster. Da wollte ich einfach unbedingt einen drin haben aus der besten Offensive der Liga. Und das war eben Münster. Krodowski als Stürmer auch deren Top-Torschütze tatsächlich zusammen mit Badmatz. Deshalb habe ich da überlegt, wen von beiden ich nehme. Aber Krodowski auch nochmal eine Vorlage mehr. Außerdem das alles in weniger Spielzeit. Deshalb habe ich mich da für ihn entschieden. Und der zweite Stürmer ist eben, wie gerade gesagt, der Topscorer der Liga. In Person von Yannick Mause von Ingolstadt. Da habe ich überlegt, ob ich den mit reinpacke. Denn Ingolstadt an sich hat nicht die beste Saison gespielt. Sie hatten zwar eine gute Offensive. Und Mause war halt auch nicht immer fit. Deshalb habe ich überlegt, ob mir die Spielzeit ausreicht. Aber letztendlich ist er dennoch Topscorer der Liga. Hat viele Tore, viele Vorlagen. Insgesamt 22 Torbeteiligungen. Daher musste er hier auf jeden Fall rein. Anderweitig gab es, wie gerade gesagt, natürlich noch Badmatz. Und auch Lokoc von Verl kann man erwähnen. Ansonsten waren die Stürmer jetzt nicht ganz so stark. Aber die Erwähnten haben auf jeden Fall ganz gut die Liga zerschossen. Somit komme ich bei diesem Team raus. Und man sieht schon, das ist sehr breit verteilt, was die Mannschaften angeht. Ich habe tatsächlich von keiner Mannschaft mehr als einen Spieler. Da muss ich sagen, das Niveau der Liga ist einfach relativ eng beisammen. Natürlich hat zum Beispiel Ulm, was die Punkte angeht, die Liga relativ dominiert. Aber ehrlich gesagt, ich habe sie auch in meiner Analyse zu ihnen herausgearbeitet. Die kommen komplett übers Kollektiv. Und der einzige Spieler, der da wirklich heraussticht, ist halt eben Leo Schienzer. Und ansonsten finde ich das ehrlich gesagt eine faire Verteilung. Auch Münster kommt als Aufsteiger eher über das Kollektiv. Da haben zwar die Stürmer herausgestochen. Aber so wirklich mehrere Spieler konnte ich da jetzt nicht herausarbeiten. Manche wurden ja wie gesagt erwähnt. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn man das mit meinem Team der Saison aus dem Vorjahr vergleicht, ist tatsächlich keiner dabei. Also nichts identisch. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass keiner von denen dieses Jahr noch in der Liga gespielt hat. Außer Arslan in der Rückrunde und Rosenfelder ein, zwei Spiele nach sehr langer Verletzung. Also daher konnte sich da auch nicht allzu viel überschneiden. Aber jetzt würde mich vielleicht noch eure Meinung interessieren. Falls ihr euch überhaupt noch an die Saison erinnern könnt, dann schreibt mir gerne mal eure Spieler, euer Team der Saison in die Kommentare aus der dritten Liga. Oder eure Meinung zu meiner Auswahl. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.